Nach einer Operation des Grauen Starrs sind die Patienten zuallererst einmal sehr erleichtert. Und dann stellen sie fest, dass sie die Farben wieder kräftiger sehen, dass sie heller sehen und dass das Sehvermögen sehr rasch zunimmt. Wenn man zusätzlich auch noch die Fehlsichtigkeit im Rahmen der Operation korrigiert hat, dann ist auch die Begeisterung über das Sehvermögen generell schon sehr groß. Insgesamt kann man sagen, dass die Sehschärfe nach der Operation relativ rasch zunimmt und die Patienten bereits nach ein bis zwei Tagen glücklich und zufrieden Auto fahren können. Ich lade Sie ganz herzlich ein, einen Termin zur Voruntersuchung über unser Online-System zu buchen. Diese Voruntersuchung ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einem Leben ohne Brille. Ich freue mich darauf, Sie bei ELESA begrüßen zu dürfen.